sonst keiner hätte jemals daran geglaubt damals am Ende des 19. Jahrhunderts dass wir aus der unendlichen Weite des Alls beobachtet würden beobachtet keiner hätte jemals daran geglaubt damals am Ende des 19. Jahrhunderts dass wir aus der unendlichen Weite des Alls beobachtet würden beobachtet würden niemand konnte sich vorstellen dass wir sogar genau untersucht wurden so wie man unter dem Mikroskop wimmelnde Bakterien in einem Wassertropfen beobachtet wie sie sich vernähern nur wenige Menschen dachten überhaupt an so ein Leben auf anderen Planeten und dabei trafen uns schon aus diesem unermesslichen Raum die neidvollen Blicke von Wesen die uns weit überlegen waren erst langsam dann immer bestimmter wuchs in ihnen der Plan uns zu zerstören uns zu zerstören uns zu zerstören und dabei haben wir das Erst langsam, dann immer bestimmt der wuchs in ihnen der Plan, uns zu zerstören. Erst langsam, dann immer bestimmt der wuchs in ihnen der Plan, uns zu zerstören. Erst langsam, dann immer bestimmt der wuchs in ihnen der Plan, uns zu zerstören. Und uns zu zerstören. Erst langsam, dann immer bestimmt der wuchs in ihnen der Plan. Erst langsam, dann immer bestimmt der wuchs in ihnen der Plan. Erst langsam, dann immer bestimmt der wuchs in ihnen der Plan.